musste ich dann irgendwelche Statuen hin und her rücken und das habe ich geguckt, wie es funktioniert, weil ich absolut nicht herausbekommen habe, wie es funktioniert. Ansonsten habe ich das komplette Spiel bisher ohne irgendwas gemacht und das ist eigentlich auch das, was ich weiterhin machen will. Aber diese Statuen, die haben mich zu Verzweifeln gebracht, deswegen bin ich sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Gerne, gerne, ein Euro ist jetzt nicht die Welt, der Wille zählt und deswegen, ich freue mich sehr drüber, vielen Dank. Ähm, Spiele an, okay. Wir sind immer noch in Kapitel 1. Oh no! Oh mein Gott, das wird noch, oh mein Gott. Okay, wahrscheinlich spielen wir heute noch nicht das Spiel, was ich geplant habe. Wenn das die einzelnen Spielsachen sind, dann, ähm, haben wir noch nicht mal die Hälfte des Spiels gemacht. Krass, das habe ich nicht erwartet. Ich habe am meisten sagen gedacht, dass wir fast am Ende sind. Deswegen hatte ich mir Gedanken gemacht, ähm, was wir da nachspielen. Hm, naja, okay. Das Labor, okay. Es ist wirklich noch mehr kranker als Montag. Ja, das ist eine Tatsache. Aber, wie gesagt, mir geht es um einiges besser als gestern. Gestern ging es mir wirklich richtig dreckig. Und deswegen habe ich gestern auch nicht gestreamt. Heute geht es mir um einiges besser. Und deswegen, alles gut. Wenn ich wirklich merke, es geht nicht, dann haue ich wieder ab. But first, coffee. But first, coffee. Okay. Gucken wir mal. Okay. F. So, los geht's. Warum kann ich die Fackel nicht anmachen? Was ist das für eine Verarsche? Yeah. Ihr braucht schon nicht, wer der Kerzenschein hat. Warum kann ich die Fackel nicht mitnehmen? Die ist eindeutig nicht befestigt. Ich würde die Fackel mitnehmen. Achso, das war mein letztes Streichholz. Ich finde, das haben wir gut verwendet. No coffee tea, if you don't like it. Ja, bruski. Tür voll Leute ins Gesicht. Warum nicht? Könnt ihr das eigentlich hören, dass er mir mal Sarah ins Ohr flüstert? Oder ist das Spiel zu leise dafür eingestellt? Was für Kuckuck ist das? Was ist das in meiner Hand? Oh, ein grüner. Ich kann grün gegen blau tauschen. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich könnte. Gut, Gymnaut. Thank you. Okay. Die Grafik ist ja holy moly gut. Die Grafik ist gar nicht verkehrt, ja. Die Story an sich ist auch gar nicht verkehrt. Die Rätsel sind auch vollkommen in Ordnung bisher. Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht erwartet. Aber das Spiel ist gar nicht schlecht bisher. Wirklich absolut kein Meter. Ist hier ein Lichtschalter? Nope. Ein roter. Aber wohin? 15 Euro kostet das Spiel. Bei Steam. Oh mein Gott. Wir machen das Portal auf Spider-Man. Ich mache das Portal auf Spider-Man. Ich mache das noch nicht verkehrt. Creepy. Cool aber creepy. Okay, wie mache ich das Portal aus Spider-Man? I don't know. Irgendwo muss ich bestimmt die Diamanten reinstecken. Du bist auch fucking creepy. Ähm, gucken wir mal. Hello? Ich habe vergessen, mit welcher Taste man... Ähm... Gelber Kristall. Mit welcher Taste man nachlädt. Muss ich vielleicht in die Dinger das reinstecken? Das ist rot. Muss hier vielleicht der rote Kristall rein? Kann das sein? Kann das sein? Wo ist meine Anleitung? Oh. Ich bin sehr gespannt. Okay, eins. Grün. Wir brauchen den grünen Kristall. Kinder, wir brauchen den grünen Kristall. Grün ist Nummer eins. Wo war der grüne Kristall? Du bist eindeutig rot. Grün. Gib mir den grünen Kristall. Okay. Was mache ich mit dem grünen Kristall? Okay. Steck ich den hier irgendwo rein? Nein. Weiter geht's. Okay. 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 Grünes Kristall. Muss in die Kralle. Wo ist die Kralle? Kralle. Ist hier irgendwo eine Kralle? Was ist das hier? Da hatte ich jetzt doch etwas mehr erwartet. Irgendwas scheint hier noch nicht richtig zu funktionieren. Zumindest habe ich den grünen Kristall in die Kralle getan. Was erwartest du von mir, mein Kind? Das da ist angegangen. Das da leuchtet. Holen wir den anderen Kristall. Gucken wir mal was passiert. Stecken wir den anderen Kristall rein. Gucken wir mal was passiert. An dieser Anlage scheint ein Bauteil zu fehlen. Ah. Achso. Okay. Okay. Was für ein Bauteil? Ein Zahnrad? Ich kann den Kristall nicht aufheben. Okay. 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 Suchen wir ein Zahnrad. Vielleicht ein Zahnrad. Vielleicht irgendwas in der Richtung. Ein Stein? Dieser Stein? Nein? Okay. Ähm. Let's Luki Luki. Zahnrad. Oder sowas. Sarah. 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 Soweit. So gut. Kann ich den Kristall jetzt haben? Nein. Kann ich nicht. Okay. Dann F you. Weiter geht's. Wo ist die nächste Anlage? Beautiful, beautiful. Was ist mit dir kaputt? Bei dir fehlt auch ein Zahnrad. Ich suche dein Zahnrad. Wozu ist die hier? Wir treffen uns nix, ey. Weird. Super weird. Hallöchen, hallola Mädchen. Hallola. Hallololololoha. Hallolololoha. 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 Zahnrad. Gimme, gimme. Okay. Awesome sauce. Was? Was nun? Hier muss wohl eine richtige Kombination aus drei Symbolen eingestellt werden. Irgendwo muss Arthur doch die Kombination notiert haben. Ich wünsche, ich könnte ranzoomen. Kann ich zoomen? Schuss. Schuss. Don't talk to me. Das sind alles nicht die Symbole, die ich hier brauche. Was war das für ein Reich? Können wir das lassen? Dankeschön. Hm. 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 Nein, nein. Keine Geräusche. Keine komischen Geräusche. Dankeschön. Was ist das hier? Oh, flieg auf dem Bildschirm. Alles klar, vielen Dank, dass du da warst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hm. Es ist eindeutig Aloha Mädchen. Das ist eindeutig die Kombination. Alola Mädchen. Okay, lasst mich nochmal gucken. Das sind nicht die Symbole, die man hier drauf sehen kann. Hm. Das ist noch ein anderfeiliger Diamant. Könnte ich den nicht austauschen? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Don't talk to me. Tschüss. Okay. Hm. Hm. Im Rahmen steht auch nichts. Gehen wir nochmal hier zurück, gucken wir nochmal hier. Gehen wir nochmal hier. Das ist die Eingangstür. Den anderen Kristall kann ich nur nicht aufheben, also von daher, das kann es auch nicht sein. Auf den Maschinen steht auch nichts. Das ist die Eingangstür. Das ist die Eingangstür. Das ist die Eingangstür. Das ist die Eingangstür. Was war das? Das ist die Eingangstür. 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 Random Sachen probieren ist wohl keine gute Idee. Sollte das nicht so gut. Da hatte ich jetzt doch etwas mehr erwartet. Irgendwas scheint hier noch nicht richtig zu funktionieren. An dieser Anlage scheint ein Bauteil zu fehlen. Das war's für mich. Das war's für mich. Okay. 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 Kann ich nicht sagen. Ja. Ist das das Landstück um mein Haus herum? Doggie? Doggie? Ich hab nichts gegen den Wurf einzurenzen. Gib mir einen Wurf. Mhm. Das ist mein Name. Also ich hätte absolut nichts dagegen einzurenzen, wenn das Spiel mir einen Wurf geben sollen würde. Checkpoint erreicht. Ah ja. Oh my. Oh, oh my. Okay. 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 Hallo? Ja? 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 Is she a doggy? Das ist so. Es gibt mehrere Doggies. Es gibt eindeutig mehrere Doggies. Okay. 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 Okay, jetzt ein paar Schritte zurückgehen. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich in dieser Sekunde jetzt schon gestorben wird. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit für mich, wie ich mich verstecken kann oder sowas in der Richtung? Aber was genau soll ich gegen die Bufis machen? Ich habe gedacht, die Taschenlampe würde helfen, aber irgendwie... Irgendwie ist das nicht der Fall. Ich bin einnachrichtig in der Höhe. Ich bin einnachrichtig in der Höhe. Ja. Ähm, help. Help. Nein, nein, alles gut. Ähm, meine Stimme ist noch relativ angeschlagen. Aber das liegt daran, dass meine Nase einfach noch zu ist. Ähm. Aber ansonsten geht's mir schon um einiges besser. Gestern war's ne absolute Katastrophe. Da bin ich, da bin ich gestorben. Absolut gestorben. Aber, ähm, heute geht's mir sehr, sehr, sehr viel besser. Meine Augen sind nur ein bisschen trocken. Deswegen tränt auch mein linkes Auge die ganze Zeit. Ich bin nicht am weinen. Es tränt einfach nur. Und, ähm, meine Nase ist wie gesagt noch zu. Und meine Stimme ist noch recht angeschlagen. Aber ansonsten geht's mir gut. Ich denke nicht mal, dass es ne richtige Erkältung, ne richtige Grippe ist. Ich denke wirklich, dass es einfach nur ne Erkältung ist. Von daher. Alles subi. Alles wieder subi. Aber ich denke, da hat auch sehr die Tabletten geholfen. Ich nehme im Moment Crepus Tatsi. Und Nasenspray. Und so ein Krimskrams. Krimskrams. Jeepers. Creepers. Nee, 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 nee. Also ich würde ja die Axt mitnehmen, aber das ist nur meine Meinung. Also wenn mir nicht mehr geht, schluck ich MediNight, da bin ich am nächsten Tag auch wieder auf dem Damm. Ja, ich habe auch dieses, ähm, dieses, ähm, das heißt nicht Big MediNight, das ist dieses andere, diese Salbe, auch vom selben Hersteller, aber es ist eine Salbe und die mache ich mir abends drauf, damit ich das einatme, damit meine Nase frei wird. Das hilft bisher ganz, das hilft bisher ganz gut. Aber ich guck mal, wenn es die nächsten Tage nicht besser wird, dann werde ich mir auch noch Big MediNight holen. Weil Big MediNight ist einfach so, man schluckt es und dann schläft man und am nächsten Morgen ist man wieder topfit und ich hoffe, das wird bei mir auch funktionieren. Weil ich am Samstag und Sonntag ja was vorhabe, wäre es cool, wenn ich dann einigermaßen wieder fit wäre, vor allem am Samstag. Deswegen, mal gucken. Wie sind wir jetzt von meinem creepy Anwesen in ein Krankenhaus gekommen? Ah ja, das Portal. Ich erinnere mich. Wir sind in ein Portal gegangen. Hm. Kein gutes Anzeichen. Kein gutes Anzeichen. Kein gutes Anzeichen. Oh Gott, das Krankenhaus ist riesig. Oh Gott, das Krankenhaus ist riesig. Oh Gott, das Krankenhaus ist riesig. Ich werde hier acht Stunden dran sein. Ich werde mich voll Latte verlaufen. Oh, okay. Das war der Anfangspunkt. Die Schattenkreatur hat mir geholfen. Die Schattenkreatur hat mir geholfen. Oh Gott, ich hasse Badezimmer. Ich werde mich voll spielen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich werde mich voll. Nein, 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 nein. Ich bin ein Hund. Ich bin ein Hund. Ich bin ein Hund. stecken naja es könnte das gute silent hill sein es gibt ja das gute silent hill und da kommt die serena und dann ist das böse silent hill ja Stimmt, stimmt. Der Aufzug scheint keinen Strom zu haben. Das ist immer ein Riesenraum. Okay, ich nehme alles zurück. Das hier ist ein Riesenraum. Das hier ist ein Riesenraum. Wenn ich ein Stromgenerator wäre, wo wäre ich dann? Ein Keller. Das hier ist ein Riesenraum. Oh, okay. Jetzt weiß ich, was ich tun wollte. Okay, okay. Ich muss noch zwei Sicherungen finden. Okay. Stromgenerator Keller erinnert mich an Outlast. Oh, ich liebe Outlast. Whistleblower ist um einiges besser als das Hauptspiel. Ich weiß nicht warum, aber die DSC ist wirklich besser als das Hauptspiel. Ich weiß, überraschend, aber ja, so sieht's aus. Okay, wenn ich extra Sicherungen wäre, wo wäre ich dann? Das ist ein Horrorspiel, das vermute ich sehr in den Toiletten. Nein? Freaky. Krass. Und? Das hier? Das hier ist ja ein Fiore. Ich bin ein Foto. Oh ja, okay. Wer hat die Sicherung entfernt? Untertitelung des ZDF, 2020 Hi Georgie, möchtest du ein Ballon? Wir alle fliegen hier unten Yes! Du fliegst auch, du fliegst auch. Hast du den zweiten Teil geguckt? Du fliegst auch, du fliegst auch. Sehr gut. Der andere ist dann bestimmt hier auf der Seite, oder? Das wäre ja eigentlich nur logisch. Wenn ich die eine Sicherung jetzt da drüben gefunden habe, müsste es ja logisch sein, dass die andere Sicherung auf der anderen Seite ist, oder? Oh, nope. Oh, my God. Meine Logik scheint nicht aufzugehen. Oh, my God. 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 Vielen Dank. Ich glaube, hier ist es wieder an derselben Stelle. Die Sicherung, meine ich. 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 Okay, eine haben wir. Die eine liegt direkt nebendran. Jetzt suchen wir die andere noch. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich höre so viele Geräusche in diesem Spiel, es ist so schwer den Hund daraus zu hören. Ich höre so viele Geräusche in diesem Spiel, es ist so schwer den Hund daraus zu hören. Also wenn es Resident Evil wäre, würde ich mich jetzt über eine Pflanze freuen, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt müssen wir es nur noch heil zurückschaffen. Grünes oder rotes Kraut gefällig? Beides bitte. Einmal beides bitte. Ich riskiere absolut gar nichts. Wir machen das voll mega, Steffi. Ich höre so viele Geräusche. 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 Oh shit. Oh shit. Ich warte bis ich das Bing höre. Die Hunde werden von Geräuschen angezogen. Ich trau der Sache nicht. Oh my god, I knew it. I knew it. Oh my god. Oh my god, we have the shaft. Oh my god. Oh my. Oh my. Oy oy. Okay, thanks. Oh no, oh no, oh no, oh no. Oh my god. 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 Ah. Ich möchte nicht hier sein. Kann ich hier raus? Oh, nicht doch. Oh Gott, okay. Nee, jetzt kann ich nicht alle öffnen. Heady Puppa! Heady Puppa! Oh, we did it. Naan! Come on! Wir sind übe, wären sie halt in Mulde drin. Mhm, das stimmt. Das stimmt. Wie war der Code nochmal? Irgendwas, irgendwas. Fingerabdruck. Handabdruck. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas, irgendwas. Handabdruck. Nicht schnell genug. Das weiß ich auch nicht mehr. Schade. Irgendwas, irgendwas. Handabdruck. Nicht schnell genug. Ja. Ja. Du bist, was. Ja. Ja. Vielen Dank. Was hat einem den Staubsauger? Vielen Dank. Was hat einem den Staubsauger? 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 ich habe keine sünden ich bin absoluter engel nicht schnell genug nicht schnell genug ja meine decke hat eine mütze meine decke hat eine eingenähte mütze so sieht es aus so Ah! Oh, da ist auch nur eins. Oh, man. Oh, man. Jedes Mal, wenn ich das G von Game Aura sehe, muss ich an Goosebumps denken. Goosebumps. What? Von hinten wahrscheinlich. Ich bin wahrscheinlich nicht weit vorher genug. Bist du eigentlich nächstes Jahr wieder in Japan? Nein, zumindest habe ich es nicht geplant. Nach Japan zu fliegen ist relativ teuer. Oh, ja. 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 Tja. Ich allen ins hiern fordi,'s un mei ich emme, gott! Dann gehe ich den langen Weg. Ich habe gedacht, ich könnte Shortcut nehmen, aber nope. Nope. Das Geblinke macht mich kirre, ja. Es ist nicht schon schwer genug, nein. Machen wir noch ein gelbes, knallendes Licht da hinten. Ich kann gar nichts sehen, wir haben mit Taschenlampe noch ohne. Keine Batterien mehr. Oh, wir sind in ein Loch geblumst. Wasser, ha? Was war das ein Loch? Was ist das? In Until Dawn fand ich die Charaktere um einiges besser Die Charaktere in Man of Medan weiß ich nicht, mit denen bin ich das richtig warm geworden Ich habe beim ersten Durchlauf ein zwei von ihnen getötet ja, zwei von ihnen getötet und einen in seinen Tod nach den Credits geschickt Beim zweiten Mal habe ich dann alle gerettet Wie gesagt, mit den Charakteren bin ich unbedingt extrem warm geworden und es gab hier und da Situationen wo ich wo ich nicht ganz nachvollziehen konnte, warum mir so ist halb das gerade passiert aber abgesehen davon war das Spiel sehr cool Ich habe es sehr genossen Aber wie gesagt, beim ersten Mal habe ich die Hälfte meiner Crew verloren Das war nicht so cool Können hier nicht irgendwo Batterien rumliegen? Das wäre so cool Komm schon, Spiel Sehr lieb zu mir Batterien, eine Kerze Irgendwas Ich kann absolut nichts sehen Ich weiß nicht mal wegen was die Geräusche kommen weil ich nichts sehen kann Man gebe mir Licht Wie soll ich mich vor irgendwas verschrecken, was ich nicht sehen kann? Ich meine, ich verstehe, dass es nicht logisch wäre hier irgendwo Batterien zu platzieren Weil schließe ich Ähm Ähm Unter Wasser gruft Aber Spielweise her müsstest du das Spiel doch erkennen dass ich keine Batterien mehr habe Und dann da sitzen und sagen Oh Hier Hier hast du ein paar Batterien Armes Mädchen Excuse me, Princess Kannst du mir helfen? Kannst du das abmachen? Kannst du das abmachen? Scheint zu leuchten Nein? Schade Haben wir ein Kristallwerk? Hat mein Onkel so sein Geld verdient? Mit Edelsteinen? Wo sind die sieben Zwerge? Schneewittchen ist angekommen Gehen wir rückwärts Oh Ich weiß nicht, wo ich lang gehe Ist es vorwärts oder rückwärts? Ich habe das Gefühl, wir laufen hier im Kreis Ohne Mist, ich glaube, das hier ist ein Kreis Das bedeutet, wir müssen zurück Okay Wie kann es sein, dass sie keine Streichhälzer verwendet, wenn sie Batterien nicht mehr gibt? Okay, das war ein Kreis Aber jetzt gehen wir doch zurück, oder? Wo ist meine Ausfahrt? Wo ist meine Ausfahrt? Wo ist die Ausfahrt? Wo ist meine Ausfahrt? Wo ist die Ausfahrt? Wo ist die Ausfahrt? Hier kommen wir doch her, oder? Hier war der Jumpscare, also ganz verkehrt können wir nicht sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir eine riesengroße Sackdasse bauen und dann Jumpscare da reinpflanzen. Entschuldigung, aber warum schwimmen wir nicht? Das wäre so viel schneller. Warum laufen wir im Wasser? Okay, versuchen wir es mit der restlichen Taschenlampe, die ich habe. Oh mein Gott, ich habe einen Weg gefunden. Fuck yeah. Okay. 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 Ja. Ähm, okay. Ich wär echt dankbar für Taschenlampen. Batterien. Oh mein Gott, yes. Oh nein, mir gefällt nicht, was ich eben gerade gesehen habe. War das Labyrinth. War das Labyrinth. Nein. Ging hier irgendwo Batterien. Kommt schon. Warum seid ihr so zu mir? Man gebe mir Batterien. Währenddessen ich im Haus selber drinne war, wurde ich mit Batterien zugeschmissen. Jetzt plötzlich krieg ich gar keine mehr. Ich meine, jetzt im Moment brauche ich keine richtigen, aber vorhin wären die echt praktisch gewesen. Okay. Eindeutige Sackgasse. Sackgasse 2. Sackgasse 3. No. Wo so nervig die Hunde auch waren, muss ich ganz ehrlich sagen, die waren echt eine bekommene Abwechslung. Weil dann war mal was im Spiel vorhanden, was mich gejagt hat, so ein bisschen. Und das war cool. Und ich musste mich davor verstecken. Das war eigentlich relativ cool. Weil das hat das Spiel an sich mal kurz verändert. Weil die ganze Zeit über war das Spiel eher nur Rätsel. Nur Rätsel. Das heißt nicht, das heißt nicht, dass es schlecht ist, aber es hat an sich einfach den Spielverlauf mal ein bisschen geändert, was echt cool war. Ich brauche sie nicht wieder zurück, aber an sich war das schon echt eine coole Sache. Okay, hier sind überall Sackgassen. Wow. Hey. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sie hat mich absolut verarscht. Aber volle Kalotte. Oh. Das Labyrinth verändert sich, Kinder. Oh oh. Ähm. Okay, F you. I've got two Letters for you. One with F and the other one is U. Hey guys, willkommen zum Stream. Ist doch ein Kinderspiel. Hm. Tatsache. Hi. Oh my god, I love you. Magst du gumgum? Ich geb dir gumgum. Um... Tatsache, ja. Oh mein Gott! Tatsache, ja. Das ist neu. Könnte ich ein Checkpoint kriegen oder sowas? Ich würde das nicht alles hier vor vorne machen müssen. Ich würde das nicht sehen. 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 Dann würde das nicht sehen. Ich würde es süß. Gut, dass wir gerade wieder einen Checkpoint hatten. Soll ich jetzt noch ein bisschen, was wir machen, was wir machen, was wir machen, was wir machen. Warum hat mich das jetzt erschrocken? Was ist das? Was ist das? Hi Magst du Gum Gum? Hi Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das wünsche ich jeden Weg einmal lange laufen. Was nun? 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 Vielleicht soll ich ihm meine Taschenappel direkt in die Nase leuchten. Das war's für heute. 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 Du kannst mir alle Farre Das war's für heute. Das war's für heute. Oh sorry. Fuck you, Labyrinth! Yes! Yes! Ich bin so extrem viel am trinken. Ich meine, ich weiß, das liegt an meinem Hals, aber ich bin so extrem viel am trinken. Ich bin so extrem viel am trinken, dass wir wahrscheinlich zwischendurch eine Pause machen müssen, damit ich Bibi mal angehen. Was wir echt schon lange nicht mehr gemacht haben. Warum wird sie langsamer? Ich drücke die ganze Zeit die Taste. Trotzdem wird sie langsamer zwischendurch. Meines Wissens nach haben wir keinen Ausdauerbalken, also warum wird sie langsamer zwischendurch? Was würde Spiel mir damit sagen? Lass mich Achterbahn fahren! Lass mich Achterbahn fahren! Wenn ich nicht Achterbahn fahren kann in dem Spiel, bin ich echt enttäuscht. Wirklich enttäuscht. Wirklich enttäuscht. Geil. Vielen Dank für den Host. Wirklich enttäuscht. Was ist die richtige Antwort? Wie viele Hot Dogs isst man bei Ikea? Ein oder zwei? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Yes, 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 yes. Ganz vorne, ganz vorne. Lass mich mitfahren. Bitte. Im ganzen Leben? Nein, beim ersten Mal. Kann ich wirklich nicht fahren. Weiß ich nicht, ich war da noch nie? Was? Wie? Wie geht das? Wie kann es sein, dass du kein Billy Regal hast? What? Wow, jetzt bin ich schockiert. Das heißt doch, du hast noch nie Köttbullar gegessen? Original Ikea Köttbullar? Oh mein Gott, wie geil. Hab ich den Strom angeschaltet? Ja, hab ich schon. Fuck yeah. Achte, 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 ach Dum 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 dum! Achterbahn, Achterbahn, Achter, Achter, Achterbahn! Achterbahn! Achterbahn, Achterbahn, Achterbahn! Ganz vorne will ich mitfahren! Achterbahn, 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 Achterbahn Okay. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay! Ich war noch nie in meinem ganzen Leben so enttäuscht. Noch nie. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben so enttäuscht von einem Videospiel. Wie können die mir das antun? Wie können die mir das antun? Wie die mir das antun? Ich war noch nie in meinem ganzen Leben so ein Unternehmen. Ich war noch nie in meinem Leben so entworte, nicht nur die im ganzen Leben. Ich hab noch nie mit meinem Leben so entworte. Ich war noch nie in meinem Leben. Was ist das Traurigste, was ich jemals mitgemacht habe in einem Videospiel? Was ist das Traurigste überhaupt? Vor allem, warum ist der Checkpoint so weit hinten? Warum ist der Checkpoint nicht hier? Nein, ich muss erst den Strom wieder anmachen. Oh, mein. Was hätte ich denn tun sollen? Wie kann das Spiel mich nicht die Achterbahnfahrt genießen lassen? Das ist echt traurig. Ich wünsche, das Spiel hätte ein Quick Save. Uh, du bist mir vorher noch ganz aufgefallen. Okay, was ist der Deal? Was ist der springende Punkt hier? Was muss ich machen? Also ich kann nicht nach rechts, ich kann eigentlich nach links huschen. Nach oben kann ich auch nicht, nach unten bücken kann ich auch nicht. Ich verstehe gerade nicht, wie ich gestorben bin. Ich weiß auch nicht, wie ich mich hier in der Zeitung schreibe. Ich kann nicht nach unten bücken. Ich kann nicht nach rechts, wie ich das sage. Ich kann nicht nach rechts oder wie ich hierin bin. Da war keine Ursache zu sehen, einfach vorbei. What the fluff? Vielleicht muss ich erst Schienen reparieren irgendwo oder sowas. Uh-huh! I'm a genius. Just saying. I am the very best. Wie hätte ich das aber zum Anfang an wissen sollen? Das heißt, die haben abgesehen, dass man hier einmal auf jeden Fall stirbt. Weil warum hätte man das sonst wissen sollen? Dass da vielleicht was auf den Schienen liegt oder sowas in der Richtung. Warum haben sie dann den Checkpoint so weit nach hinten gelegt? Ich verstehe das nicht. Das ist doch keine Logik! Und startet man mich zumindest da, wo ich den Strom aktiviert habe? Verstehe das meiner. Na ja, na ja. Warte mal. Whatever! 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 Hey, noch irgendwo eine Stelle, wo irgendwas war? Vielleicht? Ja, das ist mein Name. Gut. Hi! Okay. Cute. Okay, alle guten Dinge sind drei. Wir schaffen das. Ich verstehe nur nicht, warum wir nicht vorne fahren. Weil ganz vorne oder ganz hinten ist das Beste. Warum setzen wir uns in die Mitte? Hinten kann auch seine Vorteile haben. Da wird auf allem was mir beides ist. Oh mein Gott, das hat funktioniert! Fluff yeah! Hey, das Püppchen fährt mit uns. Ich sag ja, die Puppe ist eine Katastrophe. Ah, das war ein bisschen cheap, aber okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Fahrt erinnert mich ein bisschen an die in Disneyland, die Chuchu-Bahn. Die macht auch ein Looping. Das ist auch cool. Das ist auch cool. Danke. Das war großartig. Danke. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist cool. Das war's für heute. Okay, thanks. Das war's für heute. Das war's für heute. Ob das Spookyhaus wirklich irgendwo gibt? Die haben das nur nachgestellt, mehr oder weniger? Okay, thanks. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Habt ihr schon erst Kapitel 2 geguckt? Kapitel 2 ist auch eine Szene mit einem Spiegellabyrinth, deswegen frage ich. Kapitel 2 ist auch eine Szene mit einem Spiegellabyrinth, deswegen frage ich. Ja, das ist immer noch mein Name. Ja, das ist immer noch mein Name. Ja, das ist immer noch mein Name. Okay. Ja, das ist immer noch mein Name. 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 Ja, ja. Und da hat's nun doch dieses Flackerlicht, das war halt voll bekloppt. Ja, so heiße ich. Ja, so heiße ich. Wo ist der Ausgang hier? Wohin arbeite ich? Ah, hier. Oh mein Gott. Ja, so heiße ich. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh mein Gott, kennt ihr den Horrorfilm, wo man in so Quadraten eingeschlossen ist? Es gibt einen Horrorfilm, der heißt so... Ich erinnere mich grad nicht. Da sind die auch in so Quadraten eingeschlossen. Ich erinnere mich. Ganz eindeutig daran orientiert, die Kammer. Die Kammer, genau. Die Kammer. Das ist wohl die kleine Kammer gewesen, in der wir grad waren. Ganz eindeutig daran orientiert, die Kammer. Ach, Göttchen. Die Kammer war jetzt nicht der Titel. I know. I know, I know, I know. Ich bin überlegen, wie es hieß. Ich weiß es nicht mehr. Beim besten Willen nicht. Es fällt mir nicht ein. Ach, ich muss das jetzt wissen. Moment. Cube. Cube. Cube, könnte sein. Und da die Kammer. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das ist es. Cube. Cube, Cube, Cube. Guck dir das an, der Raum sieht genau gleich aus. Seht ihr das? Diese Markierung. Genau dasselbe! Cube! Oh mein Gott, du hast Cube schon geschrieben gehabt. Aber dir sei dein Fiebermann verziehen. Thanks. Thanks. Oh man, das war ja mal echt unangenehm, peinlich. Mir ist nicht viel unangenehm, aber das war unangenehm. I'm sorry. I'm sorry. Ich hatte wirklich heute schon ein anderes Spiel vorbereitet. Ich war super stolz auf mich selber, dass ich schon ein anderes Spiel vorbereitet habe und dran gedacht habe. Weil ich echt gedacht habe, dieses Spiel hier, Obscuritas, wäre fast zu Ende. Absolut nicht der Fall. Ich meine, ich will nicht, dass es endet. Jetzt sofort irgendwie. Das will ich damit nicht sagen, aber... Ich hätte nicht erwartet, dass so viel Spiel noch vor uns liegt. Voll krass. Das Ganze für 15 Mücken. Das Ganze für 15 Mücken. Uh, what? Fahr. Nein. Okay. Hier ist eine Lücke. Ich fühl mir red light, green light. Oh, der Wagen ist weg. Okay. Sure. Thank you. Okay. Thank you. Okay. 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 Hey, wir sind bei den Piraten angekommen. Ist das ein Hai? Ähm. Warum sind hier Haie? Ah, okay. Keine echten Haie. Haie und der hat. Joho, Joho, Piraten haben's gut. Noch dunkler ging nicht, ne? Oh, ihr bewegt euch. Cute. Hedrick, bist du das? Oh mein Gott, kann ich noch eine Attraktion fahren? Nein, anscheinend nicht. Oh Mann. Hm-hm, hm-hm. Hm-hm, hallo. Oh mein Gott, du bist cool. Oh mein Gott, du bist so cool. Jaaas. Jaaas. Oh je. Okay, nachvollziehbar. Ich war grad in dem Haus drin. Oh mein Gott, ich kann ins Haus reingucken. Gletsch gefunden. Hi. Hi. Oh, Moment. Ist hier eine Ausgang? Oh je. Also ich muss sagen, ich fühle mich auch nicht wohl in der Höhe, aber ich könnte jetzt nicht so explizit erklären, warum mir so das Hype und was mir dabei am meisten Angst macht. Hi. Du bist auch cool. Hi, was machst du denn hier? Hä? Aus dem Haus ist zu langweilig. Dachtest du dir, wenn die andere Puppe Spaß hat, dann darfst du auch Spaß haben, oder wie? Bop, 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 bop. Okay. Das war's. 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 What? Okay. Das war's. 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 Das war's.